Mein kleiner Bruder heiratet. Und ich finde es scheiße. 12.000 Euro wären schon wären. 12.000 Euro. Also das hier wird jetzt nicht die fette investigative Recherche, sondern es geht einfach um meinen kleinen Bruder. Und ich frage mich, gibt er nicht viel zu viel Geld für seine Hochzeit aus? Muss das wirklich so teuer sein? Oder lässt er sich einfach verarschen von dieser Hochzeitsindustrie? Das ist er, mein Bruder Flo. Ich bin gerade bei ihm zu Besuch. Er ist inzwischen zwei Köpfe größer als ich. Aber früher, da war ich mal sowas wie die große, coole Schwester. Wir holen uns einfach einen schönen Raum mieten. 3.000 Euro oder sowas. Dann brauchst du halt einen Caterer. 5.000 wird es da bestimmt kommen. Mit Banti wird auch so auf 2.000 kommen. Fotograf, aber das ist irgendwo im Kollegenkreis. Da gibt es einen, der das nebenher macht. 500 Euro werden das bestimmt auch werden. Hochzeitskleid mieten. Das gibt es. 500, 600 Euro wird es wahrscheinlich kosten. 300, 400 Euro mindestens ausgeben müssen. Mein Eindruck ist, in meinem Freundeskreis und auch in seinem Freundeskreis heiraten fast alle Leute so teuer. Darf ich euch auf einer Hochzeitsmesse begleiten? Nein. Laura! Magst du mal kurz kommen? Also folgendes. Wäre das in Ordnung, wenn ich da so einen kleinen Beitrag darüber mache, dass mein Bruder heiratet? Sag nein, weil sie will uns mit der Kamera auf der Hochzeitsmesse begleiten. Auf der Hochzeitsmesse? Auf der Hochzeitsmesse. In Eulching? Am Sonntag? Ja. Gottes Willen. Wir haben doch viel Spaß. Wird das eigentlich schon gefilmt? Ja, jetzt geht es los. Erstmal Hochzeitsmesse. Für mich ist es ja total krass, die Vorstellung, dass ihr irgendwie erst in eineinhalb Jahren heiratet, aber dass ihr jetzt schon auf eine Hochzeitsmesse gehen müsst. Also, dass die große Feier erst in eineinhalb Jahren ist. Also, im Juni, wo wir uns die Location angeschaut haben, die war für 2018 komplett ausgebucht. Krass. Gut, für euch ist die zweite Hochzeitsmesse. Für mich ist die erste Hochzeitsmesse. Wir gehen jetzt rein und gucken uns das an. Wann willst du eigentlich heiraten? Das ist jetzt. Ich will überhaupt nicht heiraten. Das weißt du ganz genau. Aber ich will verstehen, warum du heiraten willst. Okay, also schauen wir uns den Scheiß mal an. Was würdet ihr denn kosten? Also, die kleinste Pauschale, die wir haben, die haben wir so in die 3.300 Euro, müsst ihr rechnen. Aber bis 12 würde ihr das spielen, oder? Bis 12 oder auch länger. Also, wenn ihr länger wollt, das würde man dann extra abrechnen. Okay. Was würde das dann mehr kosten? Das haben wir normal in der Stunde 500 Euro. Völlig überzogen, viel zu teuer für die fünf alten Herren da. Pro Person kostet bei uns das Stück 4,70. Das heißt 470 Euro. Und dann kommt halt drauf an, was sie noch für ein Dekor draufhaben wollen. Jeder versucht natürlich, diese Hochzeit zu toppen. Also, wenn Sie die Hochzeit von Ihrem Bruder vielleicht sehen, dann sagen Sie, nein, das hat mir nicht so gut gefallen, dann mache ich es besser. Aber es wird jetzt schon mehr Hype gemacht. Das muss man jetzt schon sagen. Ja, es ist halt, wir waren jetzt wirklich die letzten Jahre auf 10, 12 Hochzeiten. Und auch dafür soll man noch ein bisschen Geld ausgeben. Laut einer US-Studie wollen Bräute vor dem großen Tag 20 Pfund, also 10 Kilo, abnehmen. Dafür gibt es dann Bücher wie Skinny, Sexy Bride und The Bride Diet. Und was wollen angehende Bräute so machen? Geht es da irgendwie, um was geht es da? Um Bauch oder? Schon primär. Bauch, schlanker Hüfte. Genau, wobei ich schon in meinen Kursen immer darauf achte, dass ich ein Ganzkörpertraining habe, weil es ist ja wirklich so, je mehr Muskeln ein Körper hat, umso mehr Fett wird auch verbrannt. Also, Liebe ist gleich Hochzeit, ist gleich Geld. Und wisst ihr, wer sich am allermeisten darüber freut? Die Finanzbranche. Für so eine Hochzeit kommen ja dann schon irgendwie viele finanzielle Entscheidungen so ein bisschen auch rein zu. Und sag mal, macht ihr auch sowas wie, dass man Kredite aufnehmen kann, so Hochzeitsfinanzierung, weil das ja ganz schön teuer ist. Also, wenn ich meinen Bruder anschaue, der gibt jetzt halt irgendwie so um 12.000 Euro ist der Plan auszugeben. Gibt ihr sowas auch an? Wenn man dafür einen Kredit braucht, dann wird das auch über uns gehen. Also, es gibt keine Zahlen dazu, ob sich Leute jetzt verschuldet haben, weil sie einen Kredit für ihre Hochzeit aufgenommen haben. Aber es gibt eine Umfrage von der Kreditplusbank und danach wäre ein Viertel dazu bereit, einen Kredit für die Hochzeit aufzunehmen. Finde ich total krass. Ist aber kein Wunder, wenn man sich auf diesen typischen Hochzeitsportalen umschaut. Da schreiben die einfach alle so, ey, nimm doch einfach einen Kredit auf. Also, die sagen nicht, lass dich nicht verarschen, du brauchst keine Tischdeckchen für 30 Euro das Stück, sondern nee, kein Problem, du brauchst die Tischdeckchen, nimmst einfach einen Kredit auf, dann passt das schon alles. Zum Beispiel hier bei diesem Hochzeitsportal hier, da ist ein Artikel zum Thema Hochzeitsfinanzierung und darunter ist dann gleich der Link zu einem Kreditanbieter. Das Geld muss weg, das ganze Geld muss weg. Was würden Sie denn sagen, so aus Ihrer Erfahrung raus, wie viel muss man ausgeben für eine Hochzeit? Also, so durchschnittlich für eine Hochzeit gibt man so 30.000 aus. 30.000? Ja, mit 100 Gästen muss man rechnen, plus, minus, genau. Mein Bruder meint, der kommt mit 12.000 für 100 Gäste hin. Echt, okay. Also, für uns war das gar nicht, das war damals gar nicht so. Also, wir haben das nicht so empfunden, dass man so viel Geld ausgeben muss. Wir hatten einfach auch gar nicht das Geld. Das kommt dazu. Meine Mutter hat wirklich über jeden Cent Buch geführt, seit sie mit meinem Vater zusammen ist. Und deswegen weiß sie auch ganz genau, wie viel die Hochzeit damals gekostet hat. Nämlich 4.000 D-Mark. Hattet ihr eine Hochzeitstorte? Mh-mh. Doch. Was? Mh-mh. Aber keine spezielle. Nicht zweistöckig oder sowas. Sondern halt einfach ein bisschen, das war doch so ein Buttercreme, ein Dingsbums von meinem. Einfach schwäbisch halt. Ein paar Wochen, nachdem mein Bruder und ich auf dieser Hochzeitsmesse in Euching waren, da haben meine Oma und mein Opa diamantene Hochzeit gefeiert. Das heißt 60 Jahre Ehe. Wisst ihr noch, wie viel ihr ausgeben musstet davor? Das war damals, ich könnte jetzt nach Hause kommen und ein bisschen nachgucken. Aber ich glaube, die ganze Hochzeitsfeier ist bei 600 D-Mark gekostet, so wie das Musiker gespielt ist. Aber oder nach zwölfig. Und da sind wir nach Hause. Also von der Tradition in meiner Familie, dass man möglichst viel Geld für seine Hochzeit rausbläst, kann man jetzt also nicht sprechen. Aber woher kommt dann der ganze Scheiß? Na, woher wohl? Aus den USA. Im Netz und in Serien wie Sex in the City wurde der Hochzeitshype vor etwa zehn Jahren schön angeheizt. Jetzt ist YouTube voll mit Hochzeitsdienstleistern, die in ihren Videos die fettesten Torten abfeiern. Wer hat die größte? Das Geschäft mit der Traumhochzeit ist zu einer Mega-Industrie geworden. Ey, vielleicht bin ich auch der letzte romantische Depp, der nicht gecheckt hat, dass Liebe und Konsum einfach miteinander verbunden sind. Fertig. Zurück auf der Messe. Und was kauft sich so eine angehende Braut gerne mal? Gibt es da irgendwelche Bestseller? Also unser absoluter Klassiker ist ein Vibrator-Name ins Doppelkopf. Das war so echt entspannt, schön aufgebaut. Und was hat euch genervt? Das Kamerateam mit dabei war, das war ein bisschen nervig. Warum macht ihr nicht einfach eine Hochzeit? Weil ihr ja selber sagt, dass ihr es nervig findet, wie ihr da wieder versucht habt, einen Geschäft zu machen. Warum macht ihr nicht einfach eine Hochzeit wie die Freundin da von dir, wo man alles selber organisiert? Weil ich finde, das ist keine Hochzeit. Du hast nach einem Mal im Leben die Möglichkeit, ein Brautkleid anzuziehen. Uns gefällt auch die Atmosphäre und alles. Hört sich nach einem Romantiker an. Ja, ich glaube, das ist er tatsächlich. Das ist Frank, der Hochzeitsplaner in Deutschland. Der Gottvater der Heiratswilligen. Ich glaube, das ist voll super, dass wir uns sehen. Ich glaube, du musst mir und meinem Bruder helfen. Was ist so ein Preis, wo du sagen würdest, das ist so, heiraten die meisten? Wie kann man das sagen? Die meisten in der Tat. Die meisten, also ich sage mal, das Durchschnittshochzeitsbudget in Deutschland, das liegt irgendwo so um die 15.000 in der Tat. Wobei man auch sagen muss, dass die Durchschnittsgesellschaft um die 80 Personen ist. Also ist 12.000 eigentlich gar nicht so wahnsinnig. Es ist nicht viel. Es geht einfach wirklich ganz schnell, es gibt sich ganz schnell aus, das Geld. Sollte ich einfach meine Klappe halten, übertreibe ich es hier, mein Gott, oder hat es seine Berechtigung? Weil ich denke mir irgendwie, er wird am Ende wahrscheinlich noch viel mehr ausgeben. Man muss wirklich, man muss aufpassen auf jeden Fall, weil die Hochzeitsmessen sind natürlich da, um das reichstattige Angebot zu zeigen und natürlich auch die Brautpaare zu verführen. Ist ja ganz klar, das ist wie wenn man sonst auch shoppen geht. Und trotzdem findet Frank. Es geht um Erlebnisse, die ich mit meinen Freunden, Familie, besten Leuten teile und dazu gehört die Hochzeit eindeutig. Und deswegen finde ich, kann man und sollte auch dafür Geld ausgeben. Krass, also jetzt bin ich fast überzeugt. Was redest du mir mit meinem Bruder? Soll ich einfach die Klappe halten und ihn machen lassen, wenn du sagst? Also ich würde ihn, also auf keinen Fall sozusagen jetzt alleine laufen lassen, sage ich mal. Ich würde ihn auf jeden Fall schon beraten, weil ich finde das schon wichtig, gerade wenn jemand einem so nahe steht wie Geschwister, dann ist man auch wirklich darauf angewiesen, auch mal eine andere Meinung zu hören. Weil sonst ist er total lost und kauft wahrscheinlich alles zusammen, verschuldet sich nachher. Aber das heißt, ich kann quasi weiter große Schwester spielen, ja, weil es ist immer gut, wenn er noch eine zweite Meinung hat. Hat er gesagt. Definitiv, definitiv. Nee, finde ich scheiße. Ganz ehrlich, hast andere Qualitäten zum Beispiel. Kannst du mir den Frank besorgen, dann soll er mich beraten. Wenn euch das Video gefallen hat, dann teilt es doch auf WhatsApp oder so. Vielen Dank. So, ich muss jetzt auf eine Hochzeit.